Hi, ich stehe hier mit KOROS, einem sechsjährigen Konrad Obolensky-Nachkommen. Den hat Philipp vor zehn Tagen in Kloppenburg fürs Bundeschampionat qualifiziert. Es war eine sehr schöne Runde, darauf sind wir noch sehr stolz. Ich erzähle euch was über meine Erfahrung über die Euro. Ich durfte mit Philipp 2017 im deutschen Team daran teilnehmen. Es war eine unglaubliche Erfahrung, dadurch, dass ein Championat natürlich auch, natürlich noch mal besonders ist, weil man einfach dafür ausgewählt wird, dort für Deutschland starten zu dürfen. Wir waren ein richtig junges deutsches Team. Gödeburg hat sehr viel Freude bereitet, weil das schwedische Publikum natürlich auch abnormal gut ist und für jede Nation mitfiebert und das hat es tatsächlich auch noch mal ein bisschen besonderer gemacht.